Hi, okay. Da sind wir wieder. Wir haben gerade in der Werbepause dieses lustige Spielchen namens City Voltron runtergeladen und wir haben es gerade gestartet. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ihr alle, ne? Und ihr sagt, das ist super gut, oder? Ja, sie wollten es uns verbieten. Wir lassen uns nichts verbieten. Wir werden zocken. Mein Baby gehört zu mir. Was ist hier los? Ich bin Player 3, ich kann steuern. Budi, bitte schließen Sie Fragmental. Steam beenden. Steam beenden. Budi, beend doch mal Steam. Budi, du musst Steam beenden. Und jetzt scheinbar können wir, obwohl es letztes Mal nicht ging, jetzt können wir mit dem Controller spielen. Okay, ich bin Player 4. Ich kann. Player 1. Ich bin Player 3. Alter, wir können spielen. Okay, wir spielen jetzt City Voltron. Können wir ganz kurz noch, ja, ich kann den bedienen. Geil. Wollen wir nur kurz nochmal, das ist auch sowas wie Beef. Was habt ihr denn abgewoten? Können wir das nochmal sehen? Ach, natürlich. Vielleicht sollten wir den Vote erstmal auflösen. Naja, aber der Vote war ja eh nur... Also sollen die Boys weiter zocken? 50% sagen ja, 50% sagen nein. Ist das wirklich der aktuelle Vote? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist kaputt. Ich glaube, das ist nicht das Ergebnis. Aber ganz kurz, ich habe mal eine Frage. Ich habe es noch nicht gespielt, aber das scheinen mehr Körperteile zu sein. Macht es Sinn, dass wir die Teile verteilen nach der Sitzordnung? Nein, du musst hier nur merken, welches du hast. Ich bin gelb. Ich bin grün. Ich bin blau. Ich bin rot. Ich bin grün. Okay, pass auf, Nils, du musst gleich das Schwert in die Hand nehmen. Ja, bestes Schwert. Okay, das geht noch nicht. So, ihr könnt Gas geben, indem ihr, glaube ich, erbrückt. Ab ins Spiel. Nils muss nicht. Einer von den Händen kann das sehen. Ja, aber der Rote ist das beste Schwert. Also, ganz kurz, Nils. Nils, du kannst einen Turboschub à la Iron Man aus deinem, genau. Und du kannst dein Gelenk auch noch bewegen. What the fuck? Ey, 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 ey. Mach doch erst mal langsam. Wer ist denn das blaue Bein? Wer ist das blaue Bein? Wer ist das blaue Bein? Ich habe keine Ahnung. Sie, Mann, das ist Nils. Ich bin nicht das blaue Bein, ich bin der Rote. Wer ist das blaue Bein? Ich nicht. Ich bin ein gelber. Warum gibt das Dauergas? Ich bin der gelbe. Da stimmt irgendwas nicht. Okay, dann stimmt irgendwas nicht. Das blaue Bein. Also, was ist das? Huch. Okay, nochmal. Man darf es nicht B drücken. Keine Ahnung. Ich war es, aber ich habe nichts gemacht, wie ihr gesehen habt. Ich habe nicht gedrückt. Ja, ich bin Player 1. Okay, ich bin das blaue Bein. Ich bin gelb. Ich bin gelb. Okay, dann bin ich. Könnt ihr euch entscheiden? Ich bin grün. Ich bin grün. Ich bin grün. Nils, nicht B drücken, bitte. Nicht B drücken. Nein, nein. Du brauchst nur den linken Stick. Okay. Du kannst jetzt auch noch nichts machen. Mit dem rechten Stick kannst du, glaube ich, auch noch die Gelenke machen. Also, linken Rechenstick und R. Und du spielst nur deinen Arm. Ich bin grün. Ich bin gelb. Ich bin grün. Sollen wir mal gucken. Okay, erstmal, erstmal jeder ein bisschen. So, jetzt mal kurz die Beine, die beiden Beine. Ich winke. Hör doch mal kurz zu. Ja, ich. Ja, jetzt rede. Ja, wie geht denn nochmal das Feuer? Ja, triggern. Welcher? Ja, rechter Trigger. Hä? Ich kann den Trigger nicht. Warum macht ihr das? Ich weiß auch nicht. Mein Trigger ist, wer ist dein grünes Bein? Ich kann das grüne Bein bewegen, aber ich kann nicht Gas geben mit dem grünen Bein. Versuch mal einen linken Trigger. Keine Ahnung, drück mal einen anderen Button. Geht alles nicht. Ja, da geht es vielleicht. Ja, aber er hat es ja eben gemacht. Okay, nimm das schwer. Moment, kein Gas geben. Blau. Wer war das denn? Welcher Lumpen. Ich bin blau. Warum gibt der denn Gas, wenn er gar nicht soll? Das ist ja völlig strange. Ey, das ist irgendwie anders als so. Das ist ein anderes Bild. Kann das sein, dass man nicht dauernd Gas geben kann? So wie neben was wir gesagt haben? Aber ich kann nicht. Ne, wir haben das glaube ich dasselbe gespielt. Ey, warte mal. So, wir müssen nach links. Blau und grün. Können die sich mal ein bisschen absprechen einfach? Ich kann nichts machen. Eher irgendwie, können wir wirklich keinen, keinen Turbo starten. Das ist ein bisschen strange. Warum macht ihr das? Wir wollen nur nach links. Ja, ich versuch's. Ne, das ist das komplette Gegenteil von links. Jetzt, Nils, lass uns doch mal rüberfliegen. Nils. Ich bin der Arm. Ja, du musst da nach unten. Wir sind stark genug. Wer war das gedrückt? Weil es nicht funktioniert. So. Dann geht's vielleicht doch nicht mit diesem Control an. Okay, wir bleiben aber bei unseren jeweiligen Körperteilen. Versuchen wir's nochmal. Wer kann jetzt Gas geben? Jetzt im Moment sowieso keiner, weil er noch das Intro ist. Eigentlich mit Ride Trigger. Aber können wir einfach mal jeder, Simon fängt an. Alle anderen machen nix. So. Wir warten kurz, bis der Text durch ist. Wichtig ist, dass wir das Schwert holen. Das ist erstmal wichtig, dass wir ihn kontrollieren. Den Arm kannst du auch Gas geben. Nein, kannst du nämlich nicht. So, jetzt ist Budi dran. Ich kann den Arm bewegen, Neigung geht und ich kann triggern. Ja. Aber ihr habt ja gerade den gleichen Arm bewegt. Wie? Hallo? Hä? Nein. Wie? Simon ist doch das blaue Bein. Okay. Ja, aber seht ihr jetzt? So, ich bin zum Beispiel das grüne Bein und irgendeiner hat gerade Gas gegeben. Ich war es nicht, weil ich meine Hand nicht mal am Pad hatte. Jetzt gibt jemand Gas für mich und ich bin... Das ist doch alles Quatsch. Das ist doch völlig doof. Warum? Jetzt kann ich... Ey, ich gebe gerade für grün Gas. Ey, ich gebe für rot Gas. Aber ich bin blau. Warum? Okay, es ist vertauscht. Ich bewege das grüne Bein, aber ich gebe Gas für rot. Ach, wie gut ist das denn? Okay, alles klar. Und warte mal, Nils. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Nils, wenn du triggerst. Warte mal, stopp mal. Nils, trigger mal. Trigger jetzt mal. Okay, Nils gibt für blau, äh, Gas. Ah. Okay, jetzt geben wir beide Gas. Hol dir das Ding. Achtung, kein Gas mehr. Das Schwert. Ich hab das Schwert. Warte, warte, gerade hinstellen. Gerade hinstellen. Wer ist der rote Arm? Ich. Dann mach den mal unten, sodass man nach oben kommt. Ah, äh, fast. Achtung, Achtung, weiter runter in den Arm, Nils. Weiter runter. Ja, ich versuch. Wer ist grün? Wer gibt hier Gas? Okay, so, 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 so. Stopp, stopp, stopp. Arm runter, Nils. Arm runter. Ja, Arm geht. Arm runter. Arm geht runter. Okay, Achtung, jetzt geheben wir ab. Gas. Wir heben ab. Wir heben ab. Grün. Grün, grün. Du musst das Bein lenken. Grün musst das Bein lenken. Nils, Nils, du musst mit dem Arm wie fucking Iron Man ausgleichen. Mann. Wie? Wie soll das denn gehen? Ja, indem du den scheiß Pett benutzt. Ausgleichen. Du musst einfach ausgleichen. Alter, Nils. Es ging sogar noch besser ohne Nils. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. So, wir müssen hier hinstehen. Achtung, ich gebe Gas, ich gebe Gas. Beine gerade. Alter. Jetzt mit dem Arm hoch, genau. Wer ist denn das grüne Bein? Moment. Ich knicke mein Bein ein. Okay. Das war zu viel, das war zu viel. Ja, immer Gas gibt, muss aufhören. Ja, doch. Du gibst immer noch Gas. Ja, weil ich uns da aus der Ecke raushole. So, guck. Ich bin mir nicht. Ich gucke. Ich helfe jetzt mit meinem Scheißschwert mit. Jetzt. Alle nicht gerieben. Geben Sie Gas, bitte. Ich weiß noch nicht mal mehr, in welcher Reihe ich hier eigentlich jetzt... So, ja, stopp, stopp, stopp. Beine gerade. Beine gerade. Beine gerade. Ja, ich bin dabei. So, jetzt, das sieht gut aus. Jetzt, Beine. Ja, stopp, stopp. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Ihr müsst aufhören, ihr müsst aufhören. Wer ist der Blau? Nils, Nils. Nils. Wer ist so doof? Bist du's, Nils? Pimmelmann, ich drück überhaupt nichts. Wer drückt dir jetzt gerade? Der Blaue pumpt und ich drück nichts. Also bin ich's nicht. Okay? Es ist kaputt, Leute. Es ist kaputt. Okay? Keiner ist schuld. Keiner ist schuld. Damit kann ich leben. Keiner ist schuld. Wir haben das falsche Bild wahrscheinlich runtergeladen. Wir, hä? Ich find's aber lustig. Ich find's gut. Es ist schwer, der Möglichkeit. Also, ich find's gerade gut. Es ist bescheuert. Los. Los, Nils. Du musst den Augenarm gerade. So, wie du den machst, jetzt? Ey, es ist alleine schon schwer genug und jetzt ist es auch noch vertauscht. So, jetzt können wir uns aufrechnen. Oh nein, wir haben das Bein verloren. Okay, wir können ohnehin. Oh, jetzt bleibt ihr bleiben so. Wir können auch gewinnen. Achtung. Wer steuert jetzt? Yes! Okay, jetzt. Okay, jetzt. Warte, warte, ich mach uns gerade. Nils, den Arm runter. Genau. Okay. Und jetzt nur noch Gas geben, bitte. Arm runter. Arm runter. Arm runter. Gerade hinstellen. So, jetzt geben alle gleichzeitig Gas. Eins, zwei, drei. Ich geb Gas, aber es jetzt passiert nichts. Jetzt passiert was. Achtung. Ihr müsst. Okay. So funktioniert das nicht. Ey, das ist aber auch alles komisch. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. So soll das nicht. Ist nicht original. Das soll so nicht. Stop, stop, stop. Ende. Nee, wer hat das blaue Bein? Komm, egal. Ich geb nur noch Gas jetzt für Grün. Vielleicht läuft es besser unter den Blauen. Ich drücke. Es kommt Gas. Okay. Das Gas hält auch viel länger an. Also, du drückst und dann pumpt der einfach die ganze Zeit. Das war so nicht. Nein, das ist eine andere Version. Die ist böse, die Version. Also, pass auf, entweder andere Version oder wir spielen das andere Spiel nochmal. Aber das ist ja so doof, oder? Ja, dann spielen wir das andere nochmal, würde ich sagen. Gut. Dann hat Eddie auch nochmal die Chance, auch einmal zu gewinnen. Steht die Wort schon. Ist ein tolles Spiel für Groß und Kleinen. Ja. Aber Nils, äh, gönnt euch den Spaß nicht. Der will nicht, dass wir das jetzt spielen. Warum? Äh, deswegen. Warum diese Hetze? Einer muss immer schuld. Einer muss der Schuld. Warum diese Hetze? Du hast doch gerade selber gehetzt. Ich hab gehetzt. Ich dachte, scheiße, wie ist das Passwort? Oh, shit. Hätten wir's. Ich hab doch gesagt, Steam nicht beenden, Booty. Ja, ähm. Sonst hat eine neue Version von Chili Wolken runter und der Nils erzählt irgendwas über den Wüstentapier. Ja, erzähl mal, wie ist das denn mit dem Wüstentapier, äh, in dieser heutigen, äh, klimaverändernden Zeit? Ja, das ist für den Wüstentapier ganz angenehm, weil er der Wüstentapier ist, der ja von den ausbreitenden Wüsten profitiert, weil er als einer von wenigen Lebensformen an Lebensraum gewinnt. Aber gibt's nicht zu viel Wüstung? Hör ihr mir das per SMS schicken oder so? Das Passwort, bitte. Der Schabrackentapier ist ein Dschungelbewohner. Ja, sehr gut. Der Lebensraum des Schabrackentapiers ist Hamburg. In dem Maß, in dem er den verliert, gewinnt der Wüstentapier. Also der Krieg der Tapier ist, das Momentum liegt auf dem Wüstentapier. Tapier Wars. Ja, das war's. Ne, ich überlege noch gerade, ob man da noch Anschlussfragen stellen kann, aber ich glaube, nein. Ich glaube, da ist im Grunde alles gesagt. Es gibt zum Thema Tapier, glaube ich, keine Fragen mehr. Das Thema Tapier haben wir abgehakt. Aber der, äh, ähm, Zoo in, der Tapir-Zoo in Pirmasens, der Tapir-Masens-Zoo, der ist übernommen von Tapien mittlerweile. Die machen die BWL, haben die Studierenden, machen, die organisieren den Zoo. Ja, die führen den griechischen Haushalt mittlerweile. Ich wollte mich verarschen. Das würde ich gerne, das wäre ein Experiment. Einfach nimmst mal eine Gruppe Tapire, setzt sie mit ein paar Rechenschiebern in den Raum mit den Schulden von Griechenland und guckst, was passiert. Eine Million Tapire an, eine Million Schreibtischen. Und du hast sämtliche, ja. Ich glaube, wir haben es wieder. Fragmental. Yes! Okay, Fragmental. Warte, 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 genau wie eben, okay? Ich bin Spieler 3. So. Okay. So. Jetzt sind wir wieder hier. Aber das war lustig, das andere Spiel. Ey, wir müssen das nochmal richtig spielen. Das ist ganz toll. Das ist ein wahnsinniger Spaß. Gerade für dich, Nils, dir wird es sehr gefallen. Aber wenn, dann müssen wir es auch richtig spielen. Nicht so komisch wie eben hier. So. Warum heißt du auch Uli? Was? Heiß ich gar nicht. Warum machst du dich auch Uli? Bist du doof? Geht los. Ich beginnt. Alter. Nee, Eddy. Hä? Geht der Trigger nicht, oder was? Oh, ich wollte über die, über das Loch springen. Über die Bande. Uli, Uli. Das ist so dumm. Eddy, ist es richtig. Jetzt seid ihr wirklich auf einem Level angekommen. Das ist nur noch kindisch. Das ist, äh, Strafrohr. Alter, Eddy, ich hau dich. Beziehungsweise ich wollte dich hauen, aber ich war zu langsam. Ede, du wirst dann, trotzdem wird Ede nicht gewinnen, quasi. Hallo? Das weißt du schon, dann. Pam! Das war geil. Ja, ich hab diesen Sprung mittlerweile drauf. Ja. Du hast den Sprung drauf. Ähm. Alter. Oh nein, ey. Nils hat mich von Prediction Shot weggeknödelst. Ja, aber du hattest auch diese Driller, oder? Ja, es gab noch Driller. Ach, das waren Driller Wars. Okay. Driller Wars. Oh, ey, Eddy. Komm ich schon ballern um die Ecke? Ach, da ist diese Grafik, und da sieht man nicht die Wand, und dann ist man manchmal tot. Great Pair, fight. Oh, ich liebe dich, ey. Mann. Eddy. Soll ich noch mal erklären, was wir hier tun? Nein. Nein, das würde zu weit führen. Sehr lustig, Regie. Ihr seid super lustig. Alter, du hast einen Thriller. Ihr seid so lustig, Regie. Ey, ich feier euch. Verdammt! Das ist wirklich, äh, das sporn mich bedenklich. Nur noch an. Das ist bedenklich. Aber zumindest gewinnt Uli so. Das ist, selbst wenn du gewinnst, verlierst du. Ist egal. Und ich kill mich mit der Flak! Ich kill mich mit der Flak, so ein Kerl. Was? Boah, die ist ja geil. Die Zimmer gegen Eos. Den Driller! Meine Miene kriegt dich noch, ja! Ja, die hat dich echt noch erwischt. Ah! Jetzt, äh, diese kleine Pause hat uns rausgerissen, ne? Vorher waren wir drinnen noch. Sprich ruhig für dich. Oh, knapp! Das war für deine Sniper-Scheiße da oben. Das war aber gut, ja. Nein, nein, jetzt bin ich drinnen! Oh, da wird der Blaue eingekesselt. Hilfe! Aber da hättest du denn rauskommen können? Wie denn? Ja, oben halt rum. Hä? Ja, da stell ich auch mit der SME. Oben war noch ein bisschen Platz. Aber was ist denn da mit Eddy los, ey? Wieso Eddy, Uli? Ja, Uli halt. Wie aus. Was ist mit Uli los? Alter, ich raste raus. Ey! Sag mal, wirklich? Wusstest du, dass ich da hingehen würde? Ja, Mann, ey. Fuck! Ja, was machst du gleich? Hä? Gleich ist die Mini leer. Oh, was? Scheiße! Die kommen oben wieder unten raus. Nee, das war ein Driller. Einfach durch die Wand durch. Ja, aber er hat ja gar nicht von da geschossen. Doch! Was? Okay, Anlauf! Uli! Uli, aber den pinken Uli! Ech, krass! Aus! Nein! Come on! Roll doch mal in den Ball jetzt rein! Jawoll! Ahhhh! Alter! Scheiße! Läuft nicht so gut, ne? Guck mal, ich hab sogar so ne Trottelmütze aufgekriegt. Alter! Die Uli's gewinnen hier. Die Uli's, ey. Kriegt der Uli's. Machine Gun! Das ist jemand. Super Uli. Die Uli's sind hier am... Ne? Kostner. Rulies! Gell, Bi? Ich Idiot! Hä? Das ist doch echt... Guck mal, wie der Letzte auf so nen Vollidioten-Helm auftritt. Lass mich vor, ich hab ne Krone! Da hast du original beide Waffen grade genommen. Uli. Welcher Uli? Der mit der Krone. Geh in beide Kammern, nimm zwei Waffen. Geerschlund. Das geht ja gar nicht. Aber die Map ist doch blöd. Power Glove, it's so bad. Alter, ich... Ich... Mano, ey! Alter, alle wegge... Nein! Alter! Alter! Jetzt aber! Ready, go! Alter, war das die Tür oder was? Mann! Das ist ein bisschen wie Hotline Miami Multiplayer, ne? So von der Steuerung her. Ja, das stimmt. Und ich schieß mich komplett schon wieder selber ab. Es ist doch... Ich schmeiß irgendwas kaputt, echt. Ohne Kack. Was soll ich denn mit der Waffe hier drin? Das ist doch... Der hat jetzt schön in meinen Crossbeam reingerannt. Zu gierig. Nein! Oh! Vorsicht. Der Rechner, Budi. Der Rechner. Oh, alles Budi, okay? Fuck you. Und natürlich, natürlich! Ihr seid die allerbeschissensten Typen der Welt, ey! Und wünschte auch, ich wär auf Nunes gegangen. Ja, da war ich nicht mehr. Ja, ja, da war ich auf dem Rücken. Ah! No! Oh, was ist das? Oh! Auch noch ein Driller! Oh, ich fall runter! Alter, ich spaß! Ah! Mist! Was? Komm, hol die Waffe! Oh, zwei Sekunden! Das war nicht schlecht! Das war nicht schlecht! Das war nicht für ein Tod! Nee, du hast einfach nur gesessen. Ich hab's gesehen. Wie, ich hab noch gelebt? Ja, klar! Nee! Ernst du? Alter, Simon! Ich hab noch gelebt? Verarscht! Verarscht mich! Alter! Ich dachte, ich wär tot gewesen! Alter, du... Schon wieder alle drei weg! Okay! Eis! Oh! Dasel! Warum hat er das getan? Hab ich wenigstens einen erwischt? Jawoll! Ist gut! Ja, komm mal ohne jetzt! Aufholjagd! 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 Boah! Aber ich hab dich noch erwischt! Ich hab dich auch noch erwischt! Boah! Krass, ey! Da wollte ich weglaufen! Und wieder weg! Ach so, ich hab dich nicht mehr erwischt! Du hast dich selber weggef... Krotzt! Ey, die Redeemer ist so dick! Was soll man da machen? Alter, wir beide kleine... Arsch, 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 ey! Ich konnte nix machen, ey! Die sind ein bisschen wie das Schwert in Halo! Ja! Death on Sight! Komm her! Ah! Ah! Springt, ey! Der wollte sich nach oben gehen! Ey, wir müssen... Also wir müssen tatsächlich mal... Ach nee, die Adi ist ja auch noch so stark! Ah! Diesen Garten! Aber wir müssen irgendwann mal was gegen Simon tun! Ja! Das macht vielleicht Sinn! Ich hör auf dich, weil du dich als verlässlicher Freund erwiesen hast! Redeemer wird geschossen! Oh, ich hab dich nicht erwischt! War so viel Mühe! Yes! Hab ich dich erwischt? Jawoll! Du hast auch gezielt währenddessen und bist noch weggelaufen! Dafür hasse ich dich! Dein verdammtes Multitasking! Fuck! Alter! Okay, das war nice! Das war gut! Der Redeemer ist lustig! Ist wirklich kompliziert, weil man ja auch echt noch abhauen muss währenddessen! Äh, was war das denn? Toll, nichts gekriegt! Alter, Simon! Einen hab ich! Aber... Können wir mal auf Simon gehen, bitte? Ja, ihr könnt euch gerne verbünden! Hab ich mehr in der Nähe! Eddy! Alter, Eis! Wo bin ich denn? Alter, wie ich da... Gar nichts mehr! Nein! Oh, ich bin gegen dieses rote Kackding gesprungen, ey! Und ich eine Sekunde später auch! Aber zum Glück war es schon vorbei! Oh, alle auf Simon, bitte! Weil es eben so schön funktioniert hat! Alter, Simon! Ey! Oh, das war nicht schlecht! Dann rennst du einfach auf mich drauf mit deinem Sniper-Kack und triffst auch noch! Let's go! Äh... Ihr wisst, wie das Feuer immer gelaufen ist hier! Fuck! Nein! Alter, Simon! Ah! Alter, was ist das? So eine kleine Längel! Oh! Oh nein, nicht ein Mini! Oh! Ich hasse den Mini-Werfer! Es ist der Allerschlechteste! Nein! Die kommt zu mir! Oh Gott, inventiert! Äh! Nein! Oh, du sagst doch inventiert! Oh, ihr seid so feil, ey! Könnt ihr euch bitte mal die Mini- Nein! Oh Gott! Nein! Nein! In dem Moment! Ich wollte gerade die neuen Waffen holen! Haha! Ich hab sogar gewonnen! Wie? Das ist ja so lächerlich! Du gewinnst, weil wir alle verlieren! Das ist echt... Das war wirklich so! Oh, 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 oh! Oh! Ich hab den Driller nicht einmal gemacht! Das war jetzt Zufall, Booty gerade, oder? Was? Nein, den einen wollte ich! Den einen wollte ich! Den hab ich hingekriegt! Den? Um die Ecke und so? Ja! Ich hab dich gesehen! Das war doch nur ein Winkel! Wie du wieder auch nur auf mich gehst! Ja, ist so! Können wir mal auf Simon gehen bitte? Simon führt! Und du gehst als erstes auf mich! Eindeutig! Grad gut zu sehen! Könnt ihr eure Fäde später austragen? Können wir bitte erstmal Simon töten? Was? Ist das machbar? Bitte! Simon sagt auf die ganze Zeit nichts, weil er will einfach unauffällig gewinnen! Wer hofft, wenn er nichts sagt, vergessen wir ihn! Ah, blau! Oh Gott! Was? Keine Fracke machen! Was ist denn da los, ey? Oh, ich hab mich selbst gedödelt! Warum? Wenn man die Scores von den Ulis zusammenrechnet! Dann haben wir gewonnen! Nein! Bin ich immer noch am Fühlen! Nein! Was war denn das für ein Schrapnellschuss gerade? Der ging ja in alle Richtungen! Schrappschnell? Schrappschnell! Was für ein Schrapnellschuss! Oh, du hast dich aber dabei nicht selbst getötet! Du hattest sogar die Redeemer, dann hättest du mal richtig abräumen können jetzt! Puh! Yes! Yes! Ich hab keine Waffe! Warum? Was war das für eine Waffe? Redeemer auch! Die stärkste Waffe im Spiel liegt Daniel Budiman zu Füßen zum Start des Spiels! Boah! Hallo! Prittima! So, aufholen Jan! Aufholen von unten! Oh, das ist schon ein böse Minen-Werfer! Der ist doch nicht gewiss! Oh nein! Ich will ihn gar nicht besitzen! Oh nein! Sieht mich meine Mine nicht! Warum? Was hat mich erwischt? Ich versteh's nicht! Ich raff's nicht! Irgendwas hat mich gekillt! Und ich weiß nicht was! Du selbst? Nee, aber ich war doch weg! Ich raff den Niden-Luncher wirklich nicht! Simon! Nils! Ey! Boah! Das du wirklich gehst ja nur auf mich, ne? Yes! Boah! Unglaublich! Wie schön! Wie schlimm das gerade ist! Ja, ne? Aber schon wieder nur Minen, ey! Oh, ne ich lauf was! Ich brauche noch rein! Guck mal rum! Die gehen sogar durch die blöden Portalen durch! Verfolgen die einen! Das sind Sliders! Okay, alle auf wen? Auf grün! Auf grün! Alle auf grün! Grün muss nach Hause gehen! Nicht blau! Blau ist nicht grün! Boah! Alter! Warum hat der denn so einen Stab? Oh, grün! Wie ist das passiert? Alter Schwede, ey! Ich war so gut! Ich war so fucking gut gerade! Nein! Nils! Alter, das gibt es nicht, Simon, ey! Nils, was ist los mit dir? Was? Ich kämpfe! Für die Freiheit der Blauen! Ey, Mann! Ich hab meinen Controller kaputt gemacht! Oh! Ich weiß nicht wie! Aber es muss mein Kopf gewesen sein! History repeating! Oh nein! Es ist wirklich kaputt! Oh nein! Na, es geht schon! Es geht schon, okay! Nee, ich weiß es offen gesagt nicht! Es sieht sehr gut aus! Dann zählt die Runde nicht! Ganz kurz! Okay, mein Controller geht wirklich nicht! Stopp! Nein, aber dann spielt doch! Es ist doch Quatsch! Warte, warte, warte! Ganz kurz! Wir machen Pause! Ganz ruhig! Mein gigantischer Kopf hat das Kabel kaputt gemacht! Das Kabel ist... Das Kabel ist... Ah, jetzt vielleicht? Kann ich... Guck mal ganz kurz! Guck mal ganz kurz! Ja, okay, es geht! Echt? Okay, vielen Dank! Auf, ihr blendst fertig los! Okay! Was war denn das für eine Einblendung gerade, bitte? So ein Lack, ey! Regie, habt ihr... Und, wie steht es für mich? Können wir das nochmal einblenden? Geht das? Gern mal sehen! Ja! Ede, 39%?! Ja, damit bin ich einfach verstanden! Chat ist schlau! Ohne Scheiß, Chat, ey! Ich mach euch jetzt... Alter! Ich mach alles kaputt, nur... Chat ist fegig! Nils, war das eben geplant? Was? Dieser krasse Schuss gegen mich. Ja, was? Was war das denn? Manchmal klappt man's auch einfach nicht, ne? Nils! Okay. Ihr seid mir egal, ich will den Chat jetzt platt machen. So. Ich bin das jetzt noch zu Ende. Alter, Nils! Äh, Eddy mach ich, Entschuldigung. Wir haben uns gegenseitig gewusst, aber du kriegst den Punkt. Du stehst einfach in der Ecke, du Pussy. Komm halt raus aus der Ecke. Du hast zwei Punkte bekommen, freu dich doch. Ja, freu ich mich auch. Boah, ey, wer... Alter! Hört jetzt auf! Ich will nicht mehr! Alter, ja! Du hast es echt... Du hast es provoziert, du hast mich an die Falle... Du hast ein bütendes Tier in die Ecke gedrängt. Ich hoffe, ich hab wenigstens noch ein Frack dafür gekriegt. Nee, du hast mich erwischt. Shit. Simon führt immer noch. Okay, Alter! Das ist aber wirklich auf euer Unvermögen zurückzuführen. Alter, Eddy. Nils geht wieder nur auf mich. Der König ist da unten... Du gehst auf mich? Warum gehst du denn dann auf mich? Weiß ich nicht. Ja... Aber das hat doch mein Argument dazu mit Nils... Nein, 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 natürlich! Überhaupt gar nicht, ey! Ich hab gar nichts damit zu tun. Mann! Ey, ein Redeemer! Und ich hab's nur... Wir waren nebeneinander und ich hab's geschafft, nur mich zu killen. Du kriegst sogar noch einen Punkt! Ready, go! Ey, er hängt die da! Dieser Scheiße! Du verkackter Drecks-Controller! Haben wir noch ein neues Kabel? Geht das denn so nicht? Moment, mach Pause. Ich glaub, das geht nicht. Blinky, 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 Blinky... Nee, der muss angeschlossen werden. Nur mal das Kabel, Simon. Ja, aber ich hab... Mein Gott, ich hab das Kabel halt eben kaputt gemacht. Aber es war jetzt auch nicht... Es war ein Akt der Liebe und nicht ein Akt des Hasses sowieso uns. Wollen wir auch noch eins rumfliegen? Der Unterschied dieses Mal ist, dass du geführt hast... Guti, lass doch... Geht? Lass doch kurz... Ich war letztes Mal, als das passiert ist, war ich auch grade... Nee! Nee! Da war ich auf Platz zwei! Ja, ja! Ja! Ja, zwei, ja! Guck dir das... Jetzt auf YouTube gucken wir uns das Halo-Match nochmal an! Und reden dann nochmal genauer drüber! Bist du so weit? Es tut mir leid, es geht nicht. Wir haben halt... Es ist kaputt! Was soll ich denn machen jetzt? Ich... Wir müssen diese Peinchen... Darf ich mal die sensiblen Hände von mir da dran? Das kann doch nicht kaputt sein. Hm... Man kann doch einfach mal... Man kann sich das Ding nochmal an den Kopf hauen, ohne dass man erwartet, dass direkt alles kaputt geht. Absolut. Ich finde, das ist... Head approved. Okay! Tesafilm... Das irgendwie fest tapen oder so? Budi? Es geht? Ich darf nur nichts mehr... Jetzt ist wieder aus. Nur... Und... Nix... Shit! Ja, naja... Vielleicht... Jetzt geht's wieder. Okay, ich hab... Scheinbar Kontakt. Mit dem Tape-Band? Irgendwie Budi das Tape-Band? Lassen Sie einfach spielen! Es ist... Ich gewinn eh! Ich würde auch ohne Pat gewinnen! Ähm... Okay, jetzt hat's nicht... Jetzt hat's draufgekommen. Jetzt spielen wir durch. Auf die Plätze... Fertig, los! Oh Gott, das ist schön. Dammt! Ich Idiot! Ich krieg's nicht geschehen! Wer lebt denn da überhaupt noch? Nun, achso... Nein! Alter! Nein! Nein! Ich war so gut von dir! Aber du warst letzter, ich glaub du verlierst keinen. Oh, das war so eine Rattenaktion! Er bewegt sich wieder. Und schon wieder, ey! Der mit der Krone... Hab ich mich selber geplant? Ey! Guck! Hast du's gesehen? Ich hab dahin geschossen und bin wieder gestorben von der Milie. Ich versteh das nicht. Das ist bei mir immer so. Die Mine ist aber auch... Ist ja selbstverschuldet. Anders als damals bei dem Halo. Ist ja doof, weil du geführt hast. Da kann ich mich über meinen Sieg dann gar nicht freuen. Oh, es geht wieder! Schon wieder! Jedes Mal, wenn ich die Mine mach, sterb ich. Oh, lauf ich da rein, ey! Why? 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 Redeemer Action! Alter! Alter, wie du denn noch um die Ecke? Kack-Mensch, ey! Oh, ne Scheiß, ey! Das ist doch nicht wahr, ey! Geil! Supergut! Na komm, mach! Ja, nach der Runde. Gerade nach der Runde. Der kann mich doch nicht... Alter! 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 Hast du den gesteuert? Boah! Okay, Moment! Moment! Nicht drücken, bitte nicht drücken! Wir brauchen noch einen Frack, weil ihr nie auf den Simon geht. Vielen, vielen, vielen Dank! Vielen Dank! Weil ihr nie auf den... Ready? Okay! Da ist die... Wo ist der Simon? Grün, da unten. Weiter! Ich kann ja nicht auf den Simon gehen. Ja, mal gucken wir jetzt wieder nicht auf den Simon. Hup! Alter, da kommt man wieder. So ist gut. Muss ich selber einfach. Wieso fällt der denn so haus hoch auch noch? Ihr habt eine Phase gehabt, wo ihr richtig schlecht wart vorhin. Die hab ich benutzt. Boah! Boah! Ja, den hab ich... Pfff! Ey, die schrauben die Dinger, ey. Ey, die sitzt jetzt auch drauf, doch? Scheiße, ey! Ready? Fight! Was? Ich hab doch auch geschossen. Boah, das war nice. Ja, der Crossbeam ist cool. Das war gut. Fight! Yes! Ready? Attack! Ey, du bist so eine Rad... Das ist so... Du gehst nach rechts, aber du gehst nach links auf mich, ne? Nee, ich bin einfach links und hab den gesamten Gang geschossen. Du bist der Einzelne doof genug, beim Gang zu stehen. Oh! Ich stand in der Mitte. Ready? Go! Auf Eddy und, äh, Simon. Simon. Alter, Simon hat... Simon hat... Simon hat... Nils! Nils! Hat er schon? Wenn... 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 Ja, jetzt bitte auch auf den da. Schieß den in die Kugel, dann verliert er ein Leben. Ja, will ich ja. Das ist nicht, wie das funktioniert. Ja! Alter, ey! Auf dich ist so kein Verlass, Budi. Okay, äh... Ja, auf wen jetzt, he? Ja, auf euch beide. Budi, nicht auf mich. Ich komm von unten nicht auf mich. Deine Verbündeten werden immer weniger. Ich schieß nicht auf dich. Ich schieß nicht auf dich. Wie? Ja, Eddy hat's, glaub ich. Oh, shit! Nein, ich bin wieder rein, da die Fallen. Fischst du dich aus einem. Aaaaaaah! Das ist ja spannend, ey. Okay. Ja, Eddy, du Arsch! Eddy hat mich. Nils! Nils! Gut. Oh! Alter! Sauber, Nils! Alter, es ist knapp, es ist knapp, ey. Wenn Eddy einkriegt, haben wir ihn verkackt. Ja. Yes! Der war vor mir da. Ah! Obwohl, die hat gewonnen. Okay, aber ich finde, dass es ein schönes Ende ist. Ja, finde ich auch gut, dass wir ihn nochmal gewinnen lassen. Ja, absolut. Sonst wäre er echt unabhängig. Ich muss fairerweise sagen, ich habe einen Frack gemacht, wo du gerade dein Joypad nicht ging, also zwei. Technisch gesehen müssen wir noch eine Runde machen, aber... Technisch gesehen sind wir eine Runde vom Ende entfernt. Ich finde es nicht schön. Vielen Dank fürs Zusehen. Der Druck. Der Druck. Es war wunderschön. Wie lange haben wir das gespielt? Zwei Stunden? Wahnsinn. Hat Spaß. Ich bin immer noch sauer. Wie viele Menschen haben wir gemacht? Fünf Stück, ne? Fünf Stück. Du hast einmal gewonnen. Mach euch wirklich gerne. Du hast einmal gewonnen. Und jetzt zweimal gewonnen. Als Gang. Als Gemeinschaft. Jetzt hast du drüber geredet, dass der Budi sich gefeiert hat, weil er zweimal gewonnen hat. Das hast du leider... Schon noch gut. Nein, nein, nein. Ich hab euch echt gerne als Gang. Als Familie und Freunde. Gut. Ähm. Vielen Dank fürs Zusehen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt weiter? Was jetzt als Programm kommt, wir haben ja alles über den Haufen geworfen. Ich kann es dir nicht sagen. Okay, aber was Gutes. Vielen Dank. Tschüss. Und heute Abend gibt's Adrift Virtual Reality. Das wird auch ganz geil. Wow. Bleibt dran. Tschüss. 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 Tschüss.